so hallo wir machen weiter bei birth of the wald letztes mal mussten wir erst kurz gegen gerudo kämpfer dann aber festgestellt dass das eine falle von koga war und haben uns dann koga in den weg gestellt ihn auch erledigt allerdings wurde er von super gerettet den kenne ich noch nicht jetzt muss ich wahrscheinlich wieder waffen abgeben ja sechs stück wieder ok das sind alles so komische lanzen dinge die können alle weg 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 so ab dafür ok wüsten schulter schutz na dann ok da ist der titan schon mal tut mir leid euch an einen solchen ort zu rufen die stadt befindet sich zurzeit in aufruhr das macht doch nichts verbose sei ganz unbesorgt die jägerbande ihr habt sicher bereits davon gehört abtrünnige der schieker die die wiederkehr der verheerung garnon planen diese tunig gute tyrannisieren das gerudo tal wir dürfen ihrem treiben nicht weiter tatenlos zusehen ich bin mehr als bereit den titanen zu steuern auch bist du zu wichtig als dass ich dir meine hilfe verweigern könnte tausend dank obosa ich werde ebenfalls meine pflicht tun als prinzessin von hyrule prinzessin nur ein einziges wort von dir genügt mir damit ich dir meine stärke leihe du sagst also dass du reis ausgenommen hast nun wäre ich nicht gestört worden meine erwartungen an dich waren von anfang an nicht hoch wait wer ist das denn jetzt wie dem auch sei wer bist du du zeige mir die zukunft ich werde nicht zulassen dass irgendwer sie ändert keine ahnung wer das ist aber das ist dann ein typischer zusatz spiel charakter der jetzt halt hier eingeführt wurde ich verstehe okay auch hier keine titanen mission interessant das heißt mifa und darok waren titanen missionen aber alle anderen nicht und jetzt ist natürlich eine neue hauptmission da nachdem wir die vier yo ist okay nachdem wir die vier anderen haben die neue mission ist dann hyrule stall aber nicht jetzt wir gehen erstmal jetzt hier durch und gucken was wir alles tun können das geht nicht das geht nicht okay was können wir hier tun glitzer welt wird eröffnet wir öffnen einmal die glitzer welt jawohl prima gut gemacht das haben wir hier wasser glitzer stein okay kann man steine kaufen verstehe das der training training machen wir gleich ich will erstmal genau sowas hier wie herzen auffüllen sehr schön nicht übel ja sehe ich auch so das geht auch urbosa kriegt einen längeren kombo angriff und dann muss ich sie auch noch hochkaufen wir haben ja gemerkt die ist noch viel zu schwach logischerweise mein lieblingsladen hier so wo ist immer denn da ist immer es ging gerade so gerade so konnten wir uns das leisten aber langsam wird es knapp okay so aber damit ist urbosa hier auch aufgelevelt und dann können wir jetzt hier einmal ihr training starten auf wie geht's hier auf geht's halte zr-gedrückt um elektrische energie in deiner waffe zusammen wodurch die spannungsleiste aufgeladen wird ja soweit habe ich das verstanden am ende eine attacke erscheint den funken lade die spannungsleiste schnell auf indem du zr-drückst solange die funken sichtbar sind durch eine starre attacke mehrfach x kannst du die spannungsleiste leeren und eine mächtige blitzer kaufst du ja das habe ich auch glaube ich gemacht vorhin so das ist wieder so ein ach ne diesmal nur 100 gegner ok wieso denn diesmal nur 100 und vor allem wir kämpfen gegen gerudus selbst ok ja gut aber das ist ja dann ihre entscheidung wenn die das sagen das ist das training notwendig dann bitte ist das nicht so kein problem mit da war die elektroattacke oh das sieht so nice aus einfach yo das sieht brutal nice aus und das waren die 100 ok 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 ah das ist schon nice kann man nicht anders sagen ok 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 So, da ist jetzt genau, da gehen neue Missionen auf für Urbosa, hier kann ich wahrscheinlich wieder hochleveln, ja, da geht es sogar, sehr schön, perfekt, komboangriff, zack, und einen Isolieren haben wir bekommen, das kann man auch machen, du hast es geschafft, jawohl, das geht immer noch nicht, da müssen wir den Fisch mal kaufen, wahrscheinlich, das geht auch, hey, aha, noch eins, das geht noch nicht, das gibt auch noch nicht, das geht allgemein für Lanze scheinbar, okay, ist es dann Mifa, wenn es Lanze ist, ach ne, Linke auch wieder, okay, 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 weiß ich, jo, kaum macht mal eins, kommt das nächste nach, das geht noch nicht, okay, Linkstraining, Zweihänder, das geht, ja, dann, auf geht's, bitte wechsle die Waffe, bevor du in die Schlacht ziehst, okay, also Zweihänder, dann gibt mir halt auch nur Zweihänder zur Auswahl spielen, echt, was sehe ich denn jetzt, was ein Zweihänder ist, kann sein, dass ich meine Zweihänder alle verkauft habe, Urat, sehe ich denn Zweihänder, ich glaube, ich habe keinen Zweihänder mehr, ich glaube, ich habe die verkauft, ja lol, egal, dann machen wir die halt erstmal nicht, die Mission, Einhänder, ist aber auch neu, das ist jetzt aufgetaucht, ne, aber dann kann man das machen, ist okay, mach mal Linkstraining, Einhänder, gar kein Thema, was immer ihr wollt, was immer ihr wollt, ich würde nach dem Part mal die Aufnahme beenden, ich nehme seit, seit Mifa nehme ich auf, also seit dem Part, wo wir mit Mifa angefangen haben, nur dass ihr so ein Bild habt, Okay, 500 Gegner Das ist fürs Training, sei es drum, wenn fürs Training sich die komplette Armee des Königreichs einfach opfern möchte, dann ist das eben so, und dann wird das, aber, es ist für uns nicht so, überläuft, wird uns genau nicht so, dass ihr und das Leben Ja, ja, ja. Ah, da hätte ich mehr mitnehmen können. Mit der Attacke? Nein. Wir haben gerade mal 100. Wie sollen wir denn auf 500 kommen in der kurzen Zeit? Hilfe. Dann muss ich den Hauptmann erledigen. Und in der Zeit, aua. Und dann kommen wahrscheinlich neue nach und dann sind es viel mehr. Keine Ahnung. Ja, das ist das Schlechte, dass die Hälfte schon weg ist. Und wir nicht überansatzweise die Hälfte haben. Hilfe. Bin ich echt so langsam oder was ist los? Da drüben sind ganz viele jetzt, okay. Oh ja, das sind jetzt richtig viele. Aber trotzdem, es sind nicht beim Ansatz zu viele, dass es jetzt auf 500 zu schnell kommt. Ich bin viel zu langsam, was zur Hölle? Soll ich denn 500 in vier Minuten schaffen? So, wo ist der Typ da? Jetzt habe ich gerade mal 200 und es ist noch eine Minute Zeit. Niemals. Da muss ich deutlich strategischer rangehen. Das ist das nächste Mal, glaube ich. Jetzt kommt halt richtig viele nach. Yo, jetzt kommt halt so eine richtige Meute. Einfach. Jetzt sind wir bei 300 gelandet. So schnell. Yo. Kann die Meute nicht eher kommen? Was zur Hölle? Yo, wir hätten fast 500 gehabt. Alter. Okay. Okay, das probieren wir nochmal. Also ich muss einfach möglichst schnell die Wachmänner, glaube ich, also die Hauptmänner erledigen. Ich glaube, dann kommen ganz viele nach. Ich glaube, das ist die Kunst. Okay, da ist er. Wo ist er? Wo ist er? Oh nein, ich kriege ihn nicht. Ich mache ihn in die falsche Richtung. Nein, ich kriege ihn. Okay, ich habe ihn bekommen. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Oh, ich dachte schon, ich dachte schon, ich dachte schon, ich mache Quatsch. Okay, jetzt kommt die da drüben. Schön wieder gleich aufladen, dass wir das A gleich wieder haben für die anderen Soldaten, also für die anderen beiden Hauptmänner. Okay, A ist aufgeladen, jetzt müssen die nur kommen. Nice, 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 nice. Okay, da sind sie. Wo ist er? Direkt hier. Sehr schön. Perfekt, perfekt, perfekt. Jetzt kommt die ganze Meute da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genauso brauchen wir das. Gleich rein da. Keine Gefangenen machen wir hier. Okay, da ist meine Menge. Jawohl, tschüss. Sehr gut. Weitere Mengen. Und da ist noch ein Hauptmann. Weg mit dir. Das ist so satisfying, wenn es wieder erledigt wird, wenn auf einmal einer. 50 noch. Kriegen wir hier noch. 30 noch. 15. 15. 15. 15. 15. 2 Und Abflug Easy Jawohl, zack, nehmen wir mit Prima Okay Was haben wir noch an Missionen? Oder kommt jetzt vielleicht eine neue nach? Keine neue nach, aber er zeigt hier was an Linkstraining Lanzen, okay Ah, machen wir doch gleich weiter Ah, ich habe jetzt wieder keine Lanze für ihn Ich verstehe Um Haaresbreite leicht Keine High Items, du darfst keinen Treffer ein Oha Keine Treffer einstecken, okay Was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt, Verrücktes? Keinmal getroffen werden Das werde ich nicht hinkriegen Das werde ich glaube ich nicht hinkriegen Wir werden sehen Ich meine es ist noch leicht Also 40 Gegner erledigen Okay, ohne getroffen zu werden Die Feuer macht mir scheinbar nix Das ist schon mal gut Ich sehe halt nichts Wenn es einer nach mir wirft Habe ich ein Problem Lell Äh Okay, zwei Gegner noch Wo sind die? Einer? Oh Das sind ein paar mehr noch, brich Oh Das bleibe 要 Das bleibe Wie einfach icke Super Was Ich 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 Haha, so macht man das Easy Ausweichen, Hilfe Okay Ah, nein, 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 nein Ich war die falsche Taste Ach, komm schon, erneut versuchen Wie erneut versuchen, Schlacht, wo ist der letzte Unterschied Ach, wir starten hier Okay Nehme ich, nehme ich, nehme ich, fühle ich Warum nochmal von vorne veranfangen Wenn man hier anfangen kann, klar Gar kein Problem So, dann warte ich mit meinem A Aber bis der Typ kommt Dass ich das für den einsetzen kann Alles andere wäre ja Blödsinn So So ein Ding ist das Okay Gut Das geht noch nicht, wie gesagt Kann ich, muss ich Lanzen auswählen Habe ich irgendwie jetzt gerade nicht zur Verfügung Scheinbar Das geht jetzt Das geht jetzt Zell der Herzen plus eins, Herr damit Ich habe es geschafft Ja, hast du Ganz allein Zell da hast du das geschafft Das zweite Ding habe ich auch noch nicht hinbekommen Das geht auch noch nicht Das geht auch noch nicht Das wäre die nächste große Mission Hyrule Stall Was auch immer dann da los ist Das geht nicht Das geht nicht Das geht Lieferherzen plus eins Ich werde mir mehr Mühe geben Ja Das ist okay Blitz Spezialtraining Ja, auf geht's Auf geht's Ich werde mir mehr Mühe geben Okay. Das ist das. Holy shit. Ich konnte ganz gut ausweichen bisher. Äh. Ach komm schon, es hat doch nur noch ein Stück gefehlt. Jetzt. Und wenn ich Glück habe, erwische ich den Magus da hinten gleich mit. Jawoll. Falsche Taste. Eins. Warte. 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 Moment. So. Genau das wollte ich mitnehmen. Sehr schön. Okay. Ähm. Siege die Blitz-Moblets. Zwei Minuten. Äh. Quatsch. Zwei Stück. Fünf Minuten so rum. Ja. Ach hier. Aber. Du halten. Vernünftig. Menschen Scanner. Werfen. Werfen. Scheiß. Ich krieg immer die falschen Tassen. Ich hasse es. Ah, ich dachte jetzt ist es soweit. War nicht soweit. Nein. Falsche. Egal. Mach mal so. Er ist down und der andere müsste dann auch gleich down sein. Ah, der neben. Mal wieder. Jetzt hab ich den richtigen erwischt. Nice. Wer wollte ich doch gar nicht. Holzverlag. Okay. Das war die Mission. Ach, geh doch weg mit deinem Trage-Limit immer. Äh. Ist das jetzt nicht ein Zweihänder die Axt? Ich lass die mal da. Okay. Kann ich mit Lanzentraining vielleicht auch mit Mifa machen? Muss ich dafür Link verwenden? Ich weiß nicht. Wir müssen mal gucken. So, das war jedenfalls das. Okay. Ähm. Ich denke ich werde es jetzt aber auch dabei belassen. Wir gucken noch ganz kurz einmal in das Lanzentraining rein. Ob das mit Mifa geht. Ah, das geht jetzt erstmal. Und hier war es Lanzentraining, ne? Okay. Ah ne, ist Linkstraining. Dann geht's nicht. Okay. Nächstes Mal Hyrule Stall. Was immer uns da erwartet. Ich bedanke mich an der Stelle erstmal fürs Zuschauen. Wo ist Mifa? Ah, ach so. Ich möchte für alle nur das Beste. Gegen uns beide haben Geg- Ich möchte für alle nur das Beste. Gegen uns beide haben Geg- Gegen uns beide haben Gegner- Überlass das nur Daruk. Lass uns gemeinsam für Heimlich kämpfen. So, jetzt haben wir alle Rechen hier drin. Sehr schön. Ah ne, Urbosa fehlt. Urbosa fehlt. Dann ist Link raus. Ich bin dabei. Warum auch nicht? Lass uns gemeinsam für Hyrule kämpfen. Link muss natürlich immer da sein. Tja, jetzt bist du wohl dran, was? Daruk brauchen wir nicht. Ich bin dabei. Warum auch nicht? Okay. Ähm. Ja. Ich sag danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns. Moment, wie speichere ich jetzt? Da. Ja. Beim nächsten Mal. Wieder. Tschüss.